So, eine Feierabend-Session. Schauen wir mal, was der Wind sagt. 6 Knoten, 7 Knoten, also 6 oder 7 Knoten etwa. Ich habe ein Gong First 6.6 und ein Crossover Wing XXL und ein Peak 13. Dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Noch mal, ja immer noch 6, 7 Knoten. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020